Die nächste Karte. So, Hallihallo, das ist die nächste Karte von unserem monatlichen Karten-Workshop. Diesen Workshop besteht auf vier unterschiedlichen Karten. Ich stelle euch vor für verschiedene Designer-Papiere und heute auch für unterschiedliche Stempelsets, die auf der Auslaufliste sind. Und ja, vielleicht habt ihr jetzt schon diesen Stempelsets oder diese Papiere und dann so habt ihr neue Ideen, was ihr da mitmachen könnt. Für diese Karte habe ich hier zwei Produkte vorbereitet. Einmal das Designer-Papier 40 Seiten. Das ist so toll, das Papier. Es hat schöne farbenfreue Farben in Hummelgelb, in Papaya, in Babyblau. Also, schön für verschiedene Anlässe. Wir haben sogar einmal so eine Weihnachtskarte mit diesem Designer-Papier, also mit diesem Muster aus dem Designer-Papier. Viele Geburtstagskarten natürlich. Und heute habe ich nochmal eine einfache Idee damit vorbereitet. Und ich wollte euch dann noch erinnern, ich habe hier diese wunderschönen Schmetterlinge ausgestunzt. Das bekommt ihr auch mit dem Bastel-Kit, wenn ihr halt die Bestellung mit dem Code über 30 Euro weit mehr dann bestellt. Bis in der nächsten Woche, dann bekommt ihr alles so geschnitten und ausgestunzt. Aber was ich sagen wollte, ist, dass diese wunderschöne Schmetterlinge gehört zu diesem tollen Set von Schmetterlinge. Und das ist momentan ein Produktpaket, der heißt Butterfly Brilliance und es wird in den neuen Katalog übernommen. Guck mal, wie tausende Schmetterlinge man damit austauschen kann. Und genau, das ist ein Produktpaket, der nicht mehr als Produktpaket vorhanden wird in dem neuen Katalog. Also diese 10% Rabatt wird nicht mehr da sein. Das heißt, das können wir noch sparen, wenn wir noch bis Ende April als Produktpaket bestellen. Und dann haben wir 10% gespart. Die Schmetterlinge, die sind detaillierte Schmetterlinge, kann man so einzeln austanzen, so wie ich das gemacht habe. Und mit diesen großen Stanzen kann man die ganzen abgedruckten Motiven von dem Set, das ist ein einzelner Set. Man kann, wenn man möchte, das ausschneiden, aber ich finde es auch praktisch, wenn man das alles auf einmal stempelt und austanzen kann. Ich habe für euch noch ein Beispiel mit diesem Set, das haben wir letztes Jahr gebastelt in unserem Stammtischtreffen. Und dann haben wir das gestempelt und koloriert. Und ja, mit diesem Prägeform noch ein bisschen, ja, aufgehubscht und fertig gemacht. Also, ciao nach, nach diesen Butterfly Brilliance kann man im Produktpaket noch kaufen, aber nur noch bis Ende des Monats. Dann ist, ähm, bei dem nächsten Katalog nicht mehr als Produktpaket bestellbar. Dann habe ich einen Papierstreifen von den, ähm, Suse Pfirsiche, ne, Pfirsichzeit heißt das, ist ein Papier. Und, äh, von den Stempelsets, Suse Pfirsiche, habe ich mir ein paar Stempel zur Seite, äh, fertig gemacht. Ähm, ich habe hier die Blüten aus dem Papier, aus einem Stempel und Tinte in Papaya. Und die möchte ich gerne hier mit der, ähm, Spidertintenabdruck in meine, in meine Karte stempeln. Das ist bereits gefalzt in der Mitte. Ich, ähm, gehe die, die Falzlinie nach, damit ich nicht die Rückseite von der Karte auch stempeln. Und, jetzt nehme ich ein bisschen Tinte. Stempel das einmal in Schmierpapier und dann hier noch auf meine Karte. Ich will nur so ein kleines Akzent, ähm, in den Hintergrund kreieren. So. Ähm, das ist ein Peset, ist auch so, ähm, komplementär mit dieser kleinen Blütenmitte. Ähm, da brauche ich einen kleinen Acrylblock, der ist gerade unterwegs mit meinen anderen Projekten. Deswegen nehme ich einfach hier so mit vollen Tinten Abdruck, also mit den ersten Tinten Abdruck, mache ich dann noch die Mitte von dieser Blüten fertig. Also, sollte eigentlich mittig sein. Ähm, aber das macht ja schon mittig, wenn ihr zu Hause stempelt. Genau, das ist dann die Deko für den Hintergrund. Und, dann kann ich diese, diese Streifen dazu, ähm, befestigen. Und, ja, erstmal befestigen wir. Das ist egal mit welcher Kleber. Ich nehme den Flüssigkleber. Da brauchen wir nicht viel. Das ist stark genug und da ist einfach nur Papier mit Papier und da wird nichts, ähm, groß gemacht. Mit dem Papier. Also, da wird keine große Bewegung geben. Ähm, hier kann man noch einen, ein paar von diesen, von diesen Blüten stempeln. Ähm, das Designpapier ist, äh, fünf Zentimeter breit. Und so lang wie der Grundkarte. Und jetzt nochmal die Blütenmitte. Dann hier. Und hier. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen Hintergrund für die Karte. Und in unserem Etikett. Das Etikett ist, äh, oder bleibt im Katalog. Das kam, äh, mit dem Stempel mit den, mit den Papis vor zwei Jahren. Und es bleibt noch. Ähm, das wird gestempelt mit dem Gruß von dem Stempelset. Ich habe hier ein Teil des Tarts einfach grandios. Und, ähm, stemple ich mit Tinte in, ähm, Olivgrün. Hier unten. Einfach nur grandios. Jetzt ist ein bisschen schief geworden. Und mit dem, äh, anderen Teil, kann ich, ähm, den Restenspruch stempeln. Das heißt, du bist... Einfach nur grandios. Das ist, was ich hier stempeln möchte. Ich glaube, ich habe eine zweite. Okay, ich kann das einfach umdrehen. Wenn das nicht so gerade ist, will ich mir wünschen. Und ich kann es nochmal versuchen. Und hier du bist. Okay. Das sieht schon besser aus. Und nochmal ein bisschen Tinte holen. Und hier versuchen gerade zu stempeln. Einfach nur grandios. Es ist schon besser geworden. Dann lassen wir es so. Dann kleben wir hier mit Dimensionals. Äh, wo habe ich die jetzt gelassen? Die verliere ich immer wieder. Ah, hier. Das können wir hier mit ein paar Dimensionals kleben. Und unsere Schmiedlinge kommt hier als Akzent mit einem Kleberpunkt. So, ja. Mit einem Mini-Dimensional. In der Mitte kann man einen Mini-Dimensional kleben. Oder ein Kleberpunkt. Das ist vielleicht praktischer, damit man es nicht sieht. So. Zu diesem Stempel-Set gibt es ja auch eine oder gab es auch eine Stunze. Eine zu passende Stunze. Die ist aber, so wie ich jetzt gesehen habe, ausverkauft. Deswegen kombinieren wir hier, ähm, die Schmiedlinge mit dem, mit dem Stempel-Set ohne zu stanzen. Was wir machen können, ich habe hier ein Stück, ähm, Farbkarton in Papaya. Und diese tolle Stanze von dem Berenstark, äh, Produktpaket. Da können wir diese wunderschöne Blüte, die irgendwie, ähm, auch so ähnlich ist, wie diese, wie diese aus dem Stempel-Set. Die stanzen wir uns ein paar Mal. Die kriegt ihr auch in den, ähm, Bastelpaket mitgeschickt. Genau. Und die klemmen wir hier, auch als Kompliment. Wir können hier, ähm, Blütenmitte auch wieder, ähm, stempeln. Dann, nehmen wir wieder unsere Blütenmitte in Papaya und stempeln auf Papaya. Und so ist dann, oder sind dann unsere kleinen Blüten fertig. Man kann die auch in Kalypso nehmen, Kalypso und Papaya. Aber so können wir die hier verteilt auf unsere Karte kleben. Gut, da werde ich wieder ein Teil mit Klebepunkten, also die, die hier unter das Etikett liegt, klebe ich die mit Klebepunkten. Die hier auch. Und für diese kann ich einen Dimensional, zumindest einen Mini-Dimensional nehmen. Wenn ich ihn hätte, ich habe jetzt schwarze Dimensionals. Ich nehme erst jetzt das, bevor ich meine Dimensionals aus der Kiste hole. nehme ich erst mal die schwarze Dimensionals. Voila! Hier ist unsere zweite Karte für heute. Es ist wieder was ganz Einfaches gemacht, aber ich denke, lasse ich schon sehen und jeder würde sich freuen, wenn man so eine Karte bekommen wurde, oder? Wie gesagt, das Design-Up-Papier ist auch im Angebot 8,40 Euro und das Stample-Set ist auch in der Auslauf-Liste. Die Stanzformen sind schon weg, glaube ich, aber den Stample-Set kann man noch kaufen. Das ist unsere zweite Karte und gleich geht es zur dritten Karte. Den Umschlag muss man ja auch noch dekorieren. Dann nehmen wir gleich den gleichen Stempel können wir wieder in Papaya also immer wieder entweder die Umschläge mit Designer-Papier dekorieren oder mit Stempeln. Finde es hat was wenn man das so macht. Man kann nur die bluten lassen oder es gibt ja diesen Teil von den Stempel man kann sich ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht ich glaube so geht das genau man kann sich ja noch mit grün sich hier diesen Rest der Pflanze halt stempeln ok nicht schlecht also sieht dass es so richtig aus ok guck mal das hat doch geklappt man kann wie gesagt die Umschläge immer wieder dekorieren am besten schaut man sich die Beispiele in den katalog aber so sollte es richtig sein ich habe es einfach hier ein bisschen improvisiert aber ich mache jetzt einfach fertig weil die Karte werde ich ja auch verschicken und fertig ist unsere zweite Karte danke dass ihr dabei seid ich wünsche euch viel Spaß beim nachbasteln unsere dritte Karte kommt